und damit herzlich willkommen zu derdisch 2 ja den ersten teil hatten wir vor ein paar monaten durchgezockt war ein sehr cooles spiel und hier haben wir nur den zweiten teil ja ich glaube ist das spiel gibt es auf jeden fall kostenlos auf dem handy ich spiele hier die kostenpflichtige switch version ich glaube diese version hier auf der switch hat eine extra welt das kann gut sein ich bin mir nicht sicher aber das werden wir auf jeden fall herausfinden indem wir jetzt einfach spielen welt 1 ennuiga corp unsere kinder da rennen wir wieder weg bringen ein kind zur arbeit tag haben halt sehr viele kinder und jetzt laufen sie herum während wir gerade müde am schlafen waren ja das ist gleiche gameplay wie der erste teil nur halt mehr level gleiche grafik alles das same und ja ich habe bock und wir schauen mal jetzt noch ein bisschen krank aber das sollte nicht stören wir haben den normalen jump wir haben den double jump und das ziel dieses spiels ist es halt immer ein kind in jedem level zu retten was machst du hier wir wollten dich bei der arbeit besuchen ja ist schön dich zu sehen aber ich bin halt beschäftigt so wir sind durch die halbe stadt gelaufen und dich zu sehen was man nicht alles tut warum wollen wir uns sehen mein gott wo ist denn mama kann sie nicht aufpassen während der am arbeiten ist herzlichen bringt ein kind zur arbeit tag aber ich hab dich nicht mitgebracht du bist einfach aufgekreuzt ja du bist nicht wirklich gut hier drin das ist schon nächstes jahr schaffen okay und hier brauchen wir einen schlüssel und der double jump reicht leider ganz knapp nicht aus wo ihr müsst aufpassen die bürger die tun wir im ersten teil war ja die story dass sie von zu hause alle weggelaufen sind aber das noch was da wollte ich abkürzt sogar nicht geklappt ja und hier ist es dann einfach so ja aus juxendollerei kommen doch mal hier zur arbeit weil der ist einfach langweilig keine ahnung irgendwie sowas interessant auf jeden fall und hier müssen aufpassen zum lücken laufen die alle also alle sägen hier noch alle gleich also es ist easy das zu koordinieren warum hast du diese kreissägen in deinem job dad oh äh vom papier zu schrödern scheint mir nicht so sicher es sind null tage vergangen als letzte unfall passierte ja das ja das wundert mich nicht ne wundern tut mich das nicht wir spielen 100 prozent so wie beim letzten mal und ja wir werden mal schauen wie schwer dieses spiel sein würden vergleich zum ersten teil also ist geter hier direkt los wirklich kaum story es geht einfach instant los unter spiel erklärt sich eigentlich größtenteils von selbst würde ich mal meinen ja Wir wollen natürlich auch alle Sterne einsammeln. Dazu gehört ja die 100%. Und ja. Wie habt ihr Kinder es hierher geschafft? Wir haben einfach ganz viele fremde Leute gefragt. Wir haben so viele von denen gefragt. Oh, äh, das ist nicht so eine gute Idee. Einer von denen hat sogar uns sein cooles Messer gezeigt. Oh, äh, toll. Äh, ja. Don't talk to strangers, kids. Stranger danger. Müsst ihr aufpassen. Oh, die Donuts, nein. Die wollen gegen uns rollen. Und hier muss ich warten. Was man... Da war ich mir jetzt nicht sicher, in welche Richtung die rollen. Das sah nämlich so aus, als würden die... Das... Mann, das sah nämlich so aus, als würden die die ganze Zeit nur in die Mitte rollen. Sind sie aber nicht. Die rollen immer links und dann rechts und dann links und dann rechts. Also hier kann ich jetzt in die Mitte springen. Jetzt kann ich hier drüber springen. Jetzt hier chillen. Hier noch ein bisschen Minesweeper spielen und dann weiter geht's. Oh, hier müsst ihr aufpassen. Aber exakt sowas hatten wir doch auch schon in der letzten Welt gehabt. Oh, warte. Noch nicht mit dem Kind reden. Sonst sind wir nämlich vorbei und diesen Stern hätten wir uns dann nicht mehr einsacken können. Also halt schon, aber ihr müsst jetzt selber neu starten. Muss nicht sein. Sind diese Donuttypen sowas wie Coworkers? Ich hab die noch nie in meinem Leben zuvor gesehen. Aber ich schlaf ja auch meistens an der Arbeit. Also, maybe? Passen die immer nicht so rein, ne? Ja, stimmt. Na gut, was für ein Office-Job ist denn das hier? Worum geht's hier? Von welcher Firma? Aha, jetzt haben wir solche Plattformen. Kennt man sehr aus Mario-Spielen, würde ich mal behaupten. Ja, mit dem Double-Jump kann man gut sein. Äh, ja. Kann man sich gut retten, auf jeden Fall. Wenn ich mal mal... Was? Oh, aber das war gut, dass ich runtergefallen bin. Weil somit habe ich hier noch diesen Stern entdeckt. Den hätte ich sonst, ja, übersehen auf jeden Fall. Also, das war tatsächlich mein Vorteil, hier runterzufallen. Und es gibt ein Nebenlevel, wenn es einen Stern gibt, ich glaub immer nur einen Stern. Ich glaub nie irgendwie zwei, drei. Glaub ich nicht. Ich glaub, das war nur einer. Äh, dieses... Mein Office scheint mehr geflutet zu sein als sonst immer. Ich hab das Badezimmer gefunden! Hast du? Ich hab all die Wasserhähle aufgedreht. Ja, hast du. Pool Party! Äh, okay. Ich find den Humor lustig. Passt auf jeden Fall. Du, 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 du. Hier muss man aufpassen, weil man hier nicht springen kann. Ja, da wollte ich drüber und springen, aber ich hab ja gerade gesagt, dass man hier nicht springen kann. Also, ich hör nicht mehr auf mich selber. Hm. Vertrau niemandem. Nicht einmal dir selbst. So, jetzt kann ich drüber springen. Und hier runterfallen lassen. Oh, das ist gefährlich. Das lass ich lieber. Jetzt kann ich hier durch. Oh, die bouncen noch immer. Hä? Wie komm ich denn da durch? Du hast so einen Flammen! Was macht ein Flammenwerfer? Und zwei Familien hier. Was waren die auf der Arbeit? Hä? Trifft das obere mich immer noch? Nee, das kann mich nicht treffen. Okay, gut. Waren wir nicht sicher. Aber Moment, bevor wir jetzt ins Ziel gehen. Ich glaub, dasselbe müssen wir neu machen. Reden wir erst mal mit unserem Kind. Da oben ist alles geflutet. Was machst du ja eigentlich, Dad? Ah, du weißt schon, Business-Zeug, E-Mails, Mergers, keine Ahnung, Stocks, keine Ahnung, was du machst, oder? Nein, nicht im Geringsten. Einfach an der Arbeit schlafen, zu tun, als würde man tippen und das Cash kassieren. So funktioniert das. So, wenn wir ins Home-Menü gehen, kommen wir zur Overworld. Oh, die sieht hier aber ganz anders aus. Ich muss ehrlich sagen, die, also die erste, im ersten Spiel, die Overworld, war mir einfach nur der, wie er hier so rumläuft, von Feld zu Feld. Hier ist alles nummeriert und sieht alles viel simpler und cleaner und übersichtlicher aus. Und ich muss sagen, das gefällt mir. Oh, wow, wir haben hier... Ah, nee. Doch, wir haben bisher alles. Nur hier nicht. Das ist ja das selber, wo wir gerade waren. Ich glaube, man darf nicht beide Plattformen fallen lassen. Ich glaub, das war das Problem. Weil das sah nämlich gerade so aus, als könnte ich da durch. Moment, ich sag's euch. Ah, nee, ich muss den hinteren hier fallen lassen. Ja. Oh, der fällt automatisch an. Da muss man aufpassen. Genau. Und jetzt sind wir hier durch. Und den Rest, den skippe ich für euch. Weiter geht's. Da sehen wir natürlich sofort den Stern. Wo sind wir bei Donkey Kong mit den Barrels? Ich kann nicht nach rechts. Oder jetzt? Ah, ich kann, wenn ich in der Luft bin, nochmal steuern. Interessant. Ja, doch, das ist einfach wirklich wie bei Donkey Kong mit den Barrels. Exakt genauso. Ich mein, find ich cool. Passt gut zu nem Spiel. Find ich. Warum nicht? Dieser Ort ist wirklich seltsam. Ich denke nicht, dass du hier noch weiterarbeiten solltest. Alle Office Jobs sind so wie hier, so ne Mann. So funktionieren halt diese großen Corporates, Environments. Hier sind literally Kanonen und Kreissägen überall. Ja, Big Corporate Environment. So sieht's aus. Du, 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 bum, 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 bum. Oh, ich muss noch aufpassen. Weil genau das sonst passiert. Okay, der letzte Jump ist also schwerer. Nein, ich hab... Ah, ich hab außerdem nochmal gedrückt. Ich war ja... Ich bin ja in der Luft gesprungen. Und ich rede zu schnell. Ja, ich halb rede ich mal so. Öh. Boah, was? Okay, der Sprung ist echt schwierig. Kurz warten. Jetzt. Jetzt. Nein? Hm? Wie soll man den Sprung denn bitte machen? So. Okay, muss man viel früher machen, als gedacht. Okay, abwarten, abwarten. Jetzt nach oben schießen lassen? Jetzt hier hoch? Ach so. Aha. Bams. Bums. Bums. Den Schlö... Söhn mitnehmen. Hat nicht geklappt. Ja, leider, wenn man stirbt, muss man alle Collectibles und alles mögliche neu sammeln. Oh, das funktioniert aber. Okay, das ist gut. Doch spart ein klein wenig Zeit. Muss ich mal behaupten... Hä? Okay, da hat's grad gelaggt. Da hatte ich grad Input-Lag. Hab ich sonst eigentlich nie. Vor allem nicht in diesen Spielen. Sind ja so simpel. Falls ihr das Spiel auf dem... Wow. Falls ihr das Spiel auf dem Handy besitzt, lasst mich auf jeden Fall wissen, ob das Spiel dort gut ist. Na, ich glaube hier, die kostenpflichtige Switch-Version hat nochmal ein bisschen mehr Content. Meine ich zumindest. Ich verspreche da jetzt nichts. Aber ich glaube, es ist so. Dad, bitte! Kündige diesen schlimmen Job. Aber die Christmas-Party, also die Weihnachtsparty, ist nur noch elf Monate weg. Dad. Äh, ja. Dieser Ort zerstört komplett meine Seele, Tag zu Tag. Ja, okay. Okay. Keine Sound-Effekte mehr? Nö, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wiii. Uh, Bosskampf. Oh, hallo. Mein Name ist Daddisch. Mein Name ist Hot'n Tasty. Der vierte Henchman von Space... Von... Was? Der vierte Henchman von Space Duranak. Lord des Weltraumes. Äh, äh, ist schön, dich kennenzulernen, Hot'n Tasty. Aber, äh, warum bist du ja auf einer Arbeit? Ich bin gekommen. Was für den bringt dein Kind zur Arbeitstag? Äh, ich glaub, da musst du wirklich auch für eingeladen sein. Also, meine Kinder sind... Haben das auch einfach ausgedacht. Das gibt's gar nicht wirklich. Ich werd' dich umbringen. Was zum... Warum willst du uns auf einmal umbringen? Müssen wir mal... Explosives auf ihn runterprasseln lassen. Nicht auf uns. Das geht halt auch. Aber müssen wir aufpassen. Ja, ich versuch's alles on the fly zu übersetzen. Also, ihr seht's ja selber, was da steht. Wenn ihr Englisch können, dann könnt ihr euch auch für euch selber übersetzen. Aber ich versuch's so ein bisschen... Auf die Schnelle. Ich hoffe, das sch... Mann! Ich hoffe, das stört nicht. Es ist ja natürlich keine offizielle 1 zu 1 Übersetzung. Aber ich denke, es ist gut genug, um die Story zu verstehen. Und das hat er getroffen. Nice. Jetzt. Bumm. Jetzt rüberjumpen. Warum fährt er nicht? Warum ist er nicht gefahren? Das kann doch nicht sein. Ey. Oh. Jetzt. Okay. Das wird nicht klappen. Okay, da muss ich ein bisschen chillen. Aber jetzt. Bam! Haben wir ihn. Er ist tot. Und wir kriegen einen Schlüssel. Und retten unser nächstes Kind. Äh. Ich kann mich nicht erinnern, einen Hamburger adoptiert zu haben. Oh, der hat aber den Drip, Junge. Burgerglar? Daddisch. Du lebst? Ja. Und ich bin auch jetzt nicht mehr böse. Aus irgendeinem Grund. Und was ist der Grund? Therapie. Und eine sensible Bettzeit. Oh. Toll. Leider habe ich meinen Hut verloren. Ja. Und ich habe meine Kinder gerade verloren. Dann lass uns doch ein Team bilden. Und sie beide suchen. Okay. Hop on. Als ob wir jetzt diesen... Ja. Als ob wir jetzt diesen Burger reiten. Wie cool ist das denn? Ich glaube, da war mein Boss. Einer der Henchmen. Aber der ist jetzt anscheinend lieb. Wegen Therapie. Herbio Meadow. Die zweite Welt. Wie das Frettchen immer mitkommt. Das ist ein Unlockable Charakter im ersten Teil gewesen. Der war exakt der gleiche. Er war einfach nur ein Reskin, aber war trotzdem lustig. Was geht jetzt ab? Boing. Oh. Mit dem Drip hier. Geil. Oh nein. Oh nein. Er verliert seinen Drip, wenn wir getroffen werden. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Das müssen wir verhindern. Ich weiß ja nicht, wann das späteste ist, wann ich springen kann. Weil seine Füße und sein... Ach Mist, der Stern. Seine Füße und sein Körper sind hier beide versetzt. Also seine Schuhe sind hier so mittig an seinem Körper. Und links und rechts an seinem Körper. Ah doch. Okay. Hitbox zählt für seinen Körper und nicht für seine Füße. Nicht für seine Schuhe. Hier einen kleinen Jump machen. Und dann... Aha. Drüber. Drüber. Okay. Läuft da bisher ganz gut. Aha. Einfach nichts drücken, bis er klappt. Und geschafft. Danke, Bro. Kann ich nochmal auf dich reiten? Nö. Hier drüben. Gibt es hier drüben noch was? Wohnt es sich hier sich umzuschauen? Ich habe das Gefühl, ich mache gerade einen großen Fehler. Ja. Das wäre aber ein gutes Versteck gewesen für den Stern. Aber den haben wir schon eingesammelt, den Stern. Was soll's. Ist nur meine Idee gewesen, da jetzt etwas zu verstecken. Und hier ist noch das Frettchen und kein Kind. Hey, hast du den Hut von dem Burger-Gurgler gesehen? Ja, das hätte ich erwarten sollen. Da lada. Schalten wir denn jetzt sofort freier? Dann müssen wir dafür wieder 100% spielen. Genau, hier ist Welt 2 Ach, hat jede Welt 10 Level? Das kann gut sein Aber ihr seht, hier haben wir alles überall Und hier bisher auch Ja gut, wir haben das erste Level gespielt hier vorhin, aber ja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ja, das ist gut, wenn jede Welt 10 Level hat Kann man sich gut dran orientieren Kann man sich gut merken Aha, und wie komme ich denn da runter? Ach, von hier Ja, das ist chillig Und irgendwie kriege ich richtig Animal Crossing-Vibes mit der Musik Frag mich nicht warum Aber das ist so eine Musik, die würde ich bei Animal Crossing erwarten Und nicht bei so einem Spiel hier Höh? Wieso habe ich den Jump aber nicht geschafft? Ich habe den sonst vorher auch geschafft Ah Ich habe da gar kein Jump gemacht Da war so ein zerbrechlicher Boden Okay, also lasst euch da ein bisschen Platz übrig Mein Double Jump war weg Ich wurde beraubt Betrug Ich wurde von meinem Double Jump beraubt Das gehe ich anzeigen Schon wieder Vielleicht liegt es irgendwie daran, wenn man zu lange stehen bleibt Dass man dann irgendwie im Freefall kommt oder sowas Auf jeden Fall verliert man irgendwie manchmal seinen Double Jump Ich gehe einfach schnell durch Das ist das Richtige Ja, einfach schnell durchgehen Das klappt Hi Dad Wir sind gekommen, um mich da bei der Arbeit zu sehen Das hier ist nicht mal meine Arbeit Das ist ein Meadow Ich weiß nicht genau, was ein Meadow ist Aber das hier ist es auf jeden Fall Ich weiß Ich habe mich verloren Oh Der Junge war verloren Eiscreme Oh, die Dash noch wenn es zu Die lieben einen Okay, das neue Gegner Interesting Weg Weg von mir Die sind ja wie Montys, oder? Doch, schon Die sind schon so wie Montys Oh, die sind aber Oh, die sind aber schnell Ah, die sind schon da als ich Komm, 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 komm Geschafft Oh, Alter Der gestorben ist Und es war so klar, dass hier hinterher noch was ist Das habe ich nachgeschaut Du siehst Irgendwie größer aus als sonst Ich bin jetzt ein großer Junge Ja, das sehe ich Okay, wir haben auch große Kinder Große Big Babys Die machen nichts Die Senfdinger Ach, doch, die spritzen manchmal Senf Okay, ja gut Na gut Ja, gut Mach du mal Hoch da Und Die Box mitnehmen Aufpassen Nicht, dass der uns mit Senf abschießt Das kann man nicht gebrauchen Wow Da auf jeden Fall aufpassen Oh Oh, aufpassen Ja Äh Warte Hä Okay Okay Aufpassen Aufpassen Okay We did it We did it Yeah, we did it We did it We did it Hallo, Kleiner Ich kann mich kaum noch sehen Diese gemeinen Und die ganze Zeit Senf abzuschießen Für alle Ewigkeiten Ich glaube, das ist so ziemlich ihr ganzes Leben Black Was ein unschönes Leben, oder? Das hätte ich nicht gerne Ich habe schon eine Frau Lass mich in Ruhe Oh Gott, das folgt mir Ist ja wie Oh, das war eine Falle Das ist ja wie Mario Maker mit einem Giftpilz Der einen verfolgt in der Nacht Schnell weg hier Ich habe auch so ein Level gebaut Was so ähnlich funktionierte Wie Das hier jetzt Ich glaube, sie bringen sich alle gegenseitig um Was macht ihr hier? Was? Aber ich bin doch Wisst ihr, wie dumm das gerade für mich ist? Stellt euch vor, ihr seid ein Donkey Kong Ihr spielt ein Donkey Kong Spiel Und ihr seid in der Barrel drin Und irgendein Gegner Rennt euch noch hinterher in die Barrel rein Und trotzdem stirbt ihr dann noch in der Barrel Das macht irgendwie keinen Sinn Und warum ist der jetzt da unten verglitscht? Irgendwie verpackt Komisch Na gut Lass ich ihn mal da Sein Ding machen Mustard Komm ich da oben rechts hin? Ne, ich glaube nicht Ich glaube, da haben wir einfach nur keinen Teil hin gesetzt So Lass mich da kurz stehen Danke Ich suche nach Crickets Was waren Crickets? Geräusche machen Warum denn? Für Suppe Gibt's das überhaupt? Noch nicht Ist ja eklig So Kakerlaken oder was auch immer das sind So zu essen Muss net sein Oh nein Nicht die fliegende Pizzascheibe Oh, die war im ersten Teil Richtig schlimm Gibt's hier was? Ja, hier ist ein Secret Gut Ein Star Ja, ja, wir sammeln ja alles hundertprozentig Immer schon alles sammeln Boing, 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 boing Der Animal Crossing Musik hier weiter Und hoffentlich nicht treffen lassen von der Pizzascheibe Das wäre Nicht So gut Und das ist gar nicht mal so einfach Durchzukommen Okay, ich muss links rum Den Schlüssel einsammeln Okay Wieder zurück Das Ding hier nehmen Mich jetzt hier rüber schießen lassen Schieben Ach, kann ich gar nicht So, den Jump so schaffen Okay Knappes Ding Aber wir haben's Ich kann natürlich auch runterfallen Und das dann finden Aber so wie ich es gemacht habe Ist es viel einfacher Ich kann mein Haus von hier sehen Äh, nee, glaub ich nicht Ich hab exzellente Visionen Oder halt Ich kann perfekt sehen Ja Aber wir leben auch draußen Ja, die haben genug Karotten gegessen, glaube ich Du, du, du Du, 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 du Knappes Ding Okay, muss man einfach aufpassen Darüber ist nichts, gut Ihr kneift gegeneinander Macht ihr mal euer Ding, du Ich mach mein Ding Und gut ist Warum ist ja Ein leeres Feld Hier kann man nichts machen Oh, da sterbe ich Sieht aus wie so eine Lücke Als könnte ich da so stehen Hm Ne, scheinbar nicht Scheinbar nicht Na gut Durch da Jetzt hier warten So, der Schlüssel Hier können wir chillen Alles klar Jetzt präzise Sprünge machen Und wieder zurück Und Da oben Den Stern mitnehmen Hab ich meilenweit gerochen Ja, das ist definitiv der Geruch von einem süßen, leckeren Stern Dieser Ort ist schlecht für meine Allergien Ich mag es nicht draußen zu sein Du bist Literally Draußen In dem Dreck Geboren Ja, aber jetzt möchte ich Videospiele spielen Äh, okay Na gut Kann er akzeptieren, der Vater Das kann er akzeptieren Immer doch Immer doch Sag ich dazu Aha Wie komme ich da hoch Moment Von dem aus hier, ne Nicht Ne, von da aus Moment Da komme ich auch gar nicht hoch Doch jetzt Boah, das ist aber ein Sehr Genauerer Sprung Aber das kriegen wir hin Easy peasy Netter Paintbaum Oh, das ist schwierig Boah, was Und jetzt habe ich vor allem, dass sie neue holen Oh, bis gleich Boah, dass das noch gezählt hat Gut Oh, hä Wie hab ich das geschoben? Oh, Leute, ich hab's geschoben, irgendwie Okay, die Passage fand ich bisher am schwierigsten Im Spiel Ähm Ich will hier lang Dann werde ich trotzdem noch davon getroffen, aber Gott sei Dank gibt es hier einen Checkpoint Warte mal Hier oben ist Noch einer Der soll da runter Ja Aufpassung Hier ist ne Kreissäge Weil wir sind ja nicht mehr at work Also, okay Ja, toll Und nur Ich hätte, glaube ich, mitfallen müssen Mit dem Ding Kann das sein? Warte, holen wir erstmal den Block da oben Ich glaube, das soll man so machen Dass man erstmal den Block hier nimmt Den dann so runterfallen lässt Jetzt das hier schiebt Wie auch immer ich das jetzt gerade gemacht hab Und jetzt Mitgeht Richtig? Ja, das funktioniert auf jeden Fall so Oder? Ne Das Hm? Warte mal Dann muss ich vielleicht einfach nur Erstmal Den hier mitnehmen Um dann Hier ranzukommen Okay Dann so Ah, dann hab ich aber den oberen nicht mitgenommen Den brauch ich wahrscheinlich für unten, oder? Ich bin irgendwie massiv Ähm, verwirrt Kann man so sagen Vielleicht ist aber auch so richtig Moment, lassen wir es aber erstmal so Gucken mal Hatten wir hier schon einen Stern? Ich hoffe es mal Was ein entspannender Ort Ah, die Vögel in den Bäumen Die Blätter, die rumflattern Dieser distante Das distante Geräusch Von Kreis sägen in der Luft Genau, das meine ich doch Ist so chillig Ja Wunderbar Wunderschön Nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr So, wie weit sind wir? Uh, schon fast durch Und ihr seht, wir haben bisher Ja, alles Nicht in jedem Level gibt es einen Stern Nicht wundern In der ersten Welt gab es ja auch Level Wo es Ne Keine gab Also ja, nicht wundern Nicht in jedem Dumm Pizza Stücke Nicht in jedem Level gibt es einen Stern Das war schon immer so So, jetzt Und durch Okay Okay Und durch Und durch Und durch Und durch Nein Was ist denn jetzt passiert Woran bin ich denn Gegengekommen Habt ihr es bemerkt? Ich nicht Ich habe nicht bemerkt Woran ich Gegengekommen bin Aber na gut Dann akzeptiere ich das halt Weil es akzeptiert werden Schon wieder Jetzt habe ich es Okay, warum auch immer jetzt Das gezählt hat Okay, dann habe ich keinen Double Jump machen Beziehungsweise ich muss dann den verspäteten Double Jump machen Sprich So weit In der Art Ja, das hat geklappt Und da oben ist ein Stern, den ich gerne mitnehmen möchte Um Ernsthaft Jetzt aber Oh, okay Einfach nicht springen Einfach nicht springen am Ende Das Leben scheint zu hart im Moment zu sein, Dad Äh, ehrlich? Ja, es sind so viele Probleme in dieser Welt Die Dinge werden immer schlimmer und schlimmer Es spiralt aus der Kontrolle Und wenn ich nichts, was ich tun kann Ich fühle mich so hilflos Ja, um ehrlich zu sein Schliegt mich auch manchmal so Ich denke, es ist wichtig Ähm Ja, daran zu denken Dass es auch viele wundervolle Dinge in der Welt gibt Und dass sich deine Familie liebt Egal was Furz Oh mein Gott Oh wow, jetzt fühlt man viel besser Also, dem ging es nur so schlecht Weil er dringend ein Na, also Lassen wir es Reden wir nicht drüber Lassen wir es Und gehen zum Bosskampf Hi, ich bin Daddy Ich bin der 4-Man Der dritte Henchman To Space Durnark Lord des Weltraumes Ist dieser Space Durnark-Typ In irgendeiner Art Verwandt mit dem anderen Lord Durnark? Er ist nicht so ein netter Typ Nein, die sind Zwei komplett verschiedene Menschen Sicher? Sicher? Ja, es ist nur eine lustige Es ist nur ein lustiger Zufall Space Durnark ist ein echt netter Kerl Okay, und warum braucht er denn Henchman? Alle netten Typen haben Henchman Das ist normal Okay, wenn du das so sagst Henchman sind übrigens so handlanger Dinge Ich werde dich umbringen Ah, ja, das habe ich kommen sehen Warum sind hier so Bienenstücke? Kommen da Bienen irgendwie raus? Ah, er schießt Mustards Und Ah Das ist eine coole Idee für den Boss Das ist eine richtig coole Idee hier Hö? Achso, er hat nicht geschossen Hm Scheinbar muss ich auch immer warten Bis der Mustard schießt Na komm, schieß Komm, komm, komm Jetzt Bam Yeah Das war ein cooler Bosskampf Hat mir gefallen Auch wenn er jetzt schnell tot war Ich bin der Speedwunder-Modus hier Warte mal Also Ist dieser Typ ein Foreman Oder ein Henchman? Er ist ein Henchman Aber Sein Name ist der Foreman Glaube ich Aber Er hat einen Helm wie ein Foreman Oh Ja Vielleicht Ist sein Name auch der Henchman? Nee Das kann nicht stimmen Ein Rätsel bleibt ein Rätsel Geben wir einfach weiter zu Welt 3 Koto Swamp Okay Lass mich halt nicht durch Entschuldigung Was ist denn hier unten? Oder ich gehe halt dran vorbei So Na gut Die Musik ist auch krass hier Gefällt mir Okay Da muss man wirklich im letzten Moment springen Not easy But also not difficult Okay Oh das freut mich nicht Äh Jetzt Wieso War hier nicht ein Stern? Ich habe das Gefühl Da wo die zwei Samen sind War vorher ein Stern Scheinbar nicht Boah Das war Mega close Dieser Ort stink So schlimm wie eine Toilette Naja Dann hätte es ja auch zu Hause bleiben können Das hätte mein Leben Um einiges erleichtert Nein Ich liebe es Ich liebe die Toilette Ähm Ja Gut Okay Jeder wie er will Ich will mal kurz nachschauen Habe ich jetzt auch alles? War da ein Stern in dem Level? Ja da war ein Stern Ich habe ihn eingesammelt Okay Vergess ich irgendwie immer Na gut Ich denke mal Es gibt fünf Welten ungefähr Ich werde schon richtig zusammenschneiden Wir werden sehen Wir werden schon sehen Wie ich das mache Junge Du 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 Dabei mache ich das wieder Wiesen Zweiteiler Wie beim ersten Spiel W's Is Was Was How Hau Wila ich das mit dir Noch erwischt Du 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 mit fünf hölzern dran wenn die fünf holzstämme so klein sind und ich so riesig also irgendwas kann auch nicht stimmen oder gott stell dir her komm 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 da über mir war doch was komme ich da jetzt noch hin wo muss ich mich da anschließen lassen ach rüber was zum das war ja viel zu weit ach komm ok noch mal hier chillen oder vielleicht bin ich ja ganz schnell runter ja doch so hier rüber hier rüber kurz warten deswegen muss auch noch mitkommen wo ist es wenn man es mitnimmt hier wenn man es rechtzeitig schafft dann kriegt man einen stern aber nicht so lange warten nicht so lange warten nicht so lange warten sprechen steht euch vor ihr werdet da irgendwie so irgendwie an den trampolin gekommen ohne den stern zu berühren das wäre ärgerlich gewesen wow dad hast du dieses rafter gerade schon mal was bei writing a rafters bevor also hast du das gerade wirklich geritten das ding krass ja habe ich extrem sport das war eigentlich ziemlich lang extrem wild water rafting der ist begeistert volle ende volle kalle ich nicht jetzt aber auch hunger welche dinge sehe und wieder rausgeworden war ich aber echt hunger rufe am very hungry doto 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 ok kopp für durch immer halter immer weiter noch keinen stern gesehen aber es muss ja auch keinen geben außer die haben sie in dem spiel geändert das jetzt aber da oben da hoch ich glaube ich muss von oben runter fallen ich gehe mal erst mal weiter ich denke ich habe ihn nicht gesehen oder so den stern ich sehe ihn da rechts wir haben muss von oben runter fallen jetzt drüber springen ja und dann die passage noch mal neu machen aber jetzt ist ja einfacher weil die dinge die von der decke fallen jetzt schon gefallen sind nicht noch mal fallen die respawn nicht das macht's chilliger einfacher let's go das wasser hier schmeckt irgendwie seltsam ich denke nicht dass du das trinken solltest ja all die käfer machen das irgendwie so zu schüri so schon kiefer rum tschüss oh und wie kommen wir hier durch genug haben wir da einmal ah das ist treibsat und wie wir aussehende sprite ja komm wir helfen dir kein problem machen wir doch gerne oh oh das ist böse gemacht richtig böse ok wie mach ich das am besten so jetzt gucken wir in die andere richtung jetzt warten bis ihr wieder nach rechts guckt genau so boah das war zu close da links ist glaube ich nichts ich glaube unten war auch noch maybe was bin mir jetzt aber auch nicht sicher ob man überhaupt hätte hinkommen können ah warte mal warte mal ja das war mir schon klar ich muss mich beeilen der block geht weg ah nee muss mich nicht beeilen also ja doch wenn man den stern haben will muss man sich beeilen aber ich muss mich jetzt nicht beeilen denn ich hab's ja natürlich geschafft treibsat ist so gefährlich ja das ist es die sollten mehr Leute darüber warnen ich schätze ja da sollte Werbung im tv sein wo die sagen treibsat wird dich umbringen das wird nur eine frage der zeit sein äh ich glaube das geht ein bisschen zu weit jetzt ich glaube jeder kennt treibsat oder ich glaube die sollten erdwaffe warnen was man genau tun soll bei treibsat ich glaube was man tun soll jetzt ich weiß jetzt nicht mehr lang her aber ich glaube was man bei treibsat am besten tun soll ist sich nicht viel bewegen aber wenn man struggelt dann geht es nur schneller ich glaube so war das da hatten wir schon ein checkpoint bekommen und ist es ja du kannst alles wirklich rein schmeißen und es wird verschwinden ja schon lass uns einen kühlschrank reinwerfen äh oder ein auto oha nicht den carby oha oder nicht den indianer jones nein geht doch nicht okay das respawnen wieder wollen wir gucken ob da links was ist aber da kommen wir sowieso nicht hin also schätze ich mal nicht dass man da finden kann ja dann grab halt nicht dran ne warum genau wow was so der war vorher nicht so okay ich hab sie drauf geschafft okay war schon mal nicht verkehrt da war noch was okay muss noch mal zurück was zum hey du sollst mich da richtig hochschmeißen du so genau rados nach oben genau okay oh das ist böse oh das ist richtig böse geschafft ey das war ein schweres level wir hatten diese ganze balance hier hingesetzt ähm partytiere wahrscheinlich wer will ne party in einem sumpf partytiere wahrscheinlich immer diese party schweine Unfassbar, oder? Oh, ist ein Flipper-Element haben wir auch noch. Hui. Das ist ja lustig. Ist der links? Ja, aber... Klar, wie Klos, Brüder. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich muss man sich von oben da runterfallen lassen, oder so? Ah ja. Tolles Enemy-Placement. Dass ich da instant getroffen werde von. Außer ich warte halt ab. Das habe ich jetzt schon mehrmals bemerkt in diesem Spiel. Okay, ich gehe jetzt mal weiter. Weil ich glaube, dass ich da gleich noch... Boah. Hinkomme, wenn ich hier oben irgendwo runterspringe. Ansonsten, wenn nicht, muss ich selber halt neue machen. Was soll's. Uff. Okay. Ja, hier kann man runterfallen. Und dann können wir wieder hier rüber. Und dann die Schose mit dem Ballon zu neu machen. Boing. 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 Oh, knappes Ding. Leider nicht geschafft. Aber dafür versuchen wir es aber nochmal. Ist das noch lange nicht vorbei? Hier ist erst ein Checkpoint. Okay, den muss man... Deshalb ist er auch hier, weil das hier ist ein... Ja, ist ein schwieriger, präziser Sprung. Ne, na, hab schon gemerkt, war falsch. War schon komplett falsch, als ich nur angefangen habe, darüber nachzudenken zu springen. Da war es schon falsch. Okay, jetzt. Ja. Und hier auch spät abspringen. Und zwar jetzt. Nein, ich hätte noch länger warten müssen. Warum mache ich das? Keine Ahnung, wie man den Jump schaffen soll. What the hell? Der ist ja viel zu schwer. Vor allem nehmen die auch Schwung. Werden somit also immer schneller. Ne, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Pff. Hö? Hö? Warum bin ich nach links gegangen? Ach komm, besser kriege ich es nicht hin. Irgendwas mache ich da falsch. Aha. So muss man es also machen. Boah, das war... Viel zu schwer. Unnötig schwer. Dieser Sumpf ist so klebrig und eklig. Du bist klebrig und eklig. Du hast Hausarrest. Ja. So redet man nicht mit Baba. Das geht nicht. Ja. Der Hamburglar. Irgendwas. Yay. Boing. Muss ich gar nichts drücken, muss ich nur A drücken immer. Und das war jetzt aber einfacher als der aus dem letzten Hamburglar. Was auch immer an Level. Das war knapp. Bisschen zu knapp, maybe. Sind wir hier beim Bowser, oder was? Okay, okay, okay. Großer Jump. Großer Jump. Chill. Alles chillen. Alles chillen. Alles chillig. Alles spittillig. Ja. Haben wir es? Ja. Haben wir. Schicker Hut. Schicker Kauperhut. Ist das der Burger-Glas-Hut? Nein, das ist mein Hut. Was ist denn Hut her? Vom Hutladen. Okay. Schicker Hut aber. Muss man mal sagen. Na, ist das so? Das ist definitiv ein schicker Hut. Wer ist denn jetzt in der Welt? Sind wir fast durch? Tatsächlich ja. Höh? Oh nein, wir haben hier einen Stern vergessen. What? Wo haben wir denn hier einen Stern übersehen? Sag mir aber nicht irgendwo in dem Matsch. Okay. Der letzte Stern ist gar nicht mal so schwer versteckt. Und zwar ist der hier oben. Hier einfach einen Double Jump machen und dann kommt die schon nach hier oben hin. So kommt man auch einfacher hier rüber. Und ja, das war es dann so ziemlich. Level 29. Und wir werden direkt begrüßt. Und da hätte ich warten müssen. Na gut, jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Die Bonsai-Bäume gefallen mir. Oder generell diese Kirschblütenbäume, wie auch immer die heißen. Und äh... Müssen... Da oben ist es was. Da oben ist ein Stern oder so was, Mädchen. Müssen viel Backtracking machen hier, glaube ich. In diesem Level. Gott. Nein, was? Okay, okay. Hab's drüber geschafft. Hab's drüber geschafft. Äh, äh... Moin. Checkpoint. Oh Gott, ich muss ja gleich einen langen Backtracking machen. Oder ich hab was verpasst. Oh Gott. Das kann sein, dass ich was verpasst hab. Oder ich geh dann einfach rüber. Ja, ist schneller. Oh, nee, hab ich nicht. Das ist so gewollt. Was zum... Oh, nein. Oh, das ist ärgerlich. Warte, wenn ich mich nochmal kille, dann hab ich nochmal ne Chance, oder? Ja, muss halt nur das ja alles neu machen. Aber das geht ja noch. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Sage ich mir, ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Lass mal sehen. Ne, werde ich nicht. Okay. Also. Abspringen. Hier rüberbouncen. Und dann... Können wir nämlich hier oben drankommen. An den versteckten Stern. Und dann haben wir's geschafft. Denn jetzt müssen wir... Äh... Den Jump schaffen. Den ich jetzt leider nicht geschafft hab. Okay. Hab den Stern wieder eingesammelt. Äh, Moment. Wenn ich so mache... Kann ich hier den Jump benutzen. Yes. Let's go. Dad. Können wir jetzt im Sumpf leben? Nein. Es stinkt schrecklich hier. Das ist ja, warum es so toll ist. Jetzt kann niemand mehr sagen, dass ich denke. Hm. Er hat ein Argument. Muss man ihm geben. Muss man ihm lassen. Na gut. Äh, hi. Ich bin Dadisch. Ich bin Marin. Die zweite Henchman. To Space Durnark. Lord des Weltraumes. Ich liebe dich. Du liebst mich? Ja. Aber wir haben uns doch gerade erst getroffen. Küss mich. Nein. Natürlich dich. Gott, was das denn für eine... Hä? Man kann auf ihren Liebesherzen nach oben jumpen. Ah, und da oben ist dann ein Schlüssel, der auf uns wartet, damit wir schnellstens weggehen können. Ah, ne. Boing. Und das jetzt noch mal zweimal hintereinander weiter hin. Okay. Interessanter Bosskampf auf jeden Fall habe ich so noch nicht irgendwo gesehen. Das ist auf jeden Fall was kreatives, neues. Und boing. Und ihr wisst ja, ich mag es ja, wenn Leute kreativ werden, was Neues in diese Branche reinbringen. Und dann habe ich so diesen Schlüssel nicht bekommen. Aber easy. Oh, wow, wow, was zum... Ganz vielen kleinen Dingern. Gestorben. Ja, aber kennt ihr auch solche Leute, die irgendwie sagen, ja, du bist mein bester Freund. Und dabei haben wir uns doch gerade erst geedit. Ich kenne mich da noch gar nicht. Echt weird manchmal. Echt weird. Marine sicherlich... Marine war voll in dich, Dad. Ja, kann sein, aber sie hat versucht, mich umzubringen. Ich denke nicht, dass eine Sünde was für mich wäre. Na, ja. Sie war verrückt in dich. Du bist... Du hast rausgerest. Okay, das... Ja, das habe ich verdient. Okay. Welt 4. Phantomo-Tempel. Äh, schnell weg hier. Die riesige Bowlingkugel. Da machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei Derdisch 2. Dann könnt ihr doch mal wieder ... Vai geht euch mal wieder... Tschüss. intendrico Damian. Bis zum nächsten Mal wieder. Auch bei der Mönchéhäker. Trist Quem. Ortos im Finger weinen. Derdisch gutungsvolle. Ist das nicht besser. Das ist gut. Wie geht euch Rossinn. ahead. Bei der Wedeten.